Hallo alle zusammen, ich mache wieder einen Haul. Ich habe wieder einige Sachen eingekauft, die ich euch gerne zeigen möchte. Wie fange ich am besten an? Genau, also erstmal hier das langweilige sozusagen. Ich benutze eigentlich täglich immer ein Augenbrauengel, normalerweise von P2. Das gab es aber, ich weiß nicht, ob es nur an dem Tag es nicht gab oder ob es generell aus dem Sortiment genommen wurde. Weil ich habe überhaupt keine Augenbrauengels, Gele, mehr gefunden. Jedenfalls, nebendran war halt der Essence-Aufsteller. Da habe ich halt den von Essence mitgenommen, dieser Lash & Brow Gel Mascara. Und das ist richtig cool und das ist noch richtig klar, weil ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an meinen. Der hat halt schon die Farbe angenommen von meinem Augenbrauenstift und das sah schon ein bisschen ekelhaft aus. Jedenfalls ist der sehr gut. Also das hält halt die Härchen so, behält die Form einfach, dass das einfach den ganzen Tag so bleibt, wie ihr es am Anfang aufgetragen habt. Ja, das ist immer ganz gut. So, dann war ich mit meiner Freundin im Douglas einkaufen neulich. Und ich zeige euch mal, was ich da alles so mitgenommen habe. Ich habe auch zwei super Schnäppchen eigentlich. Vielleicht gibt es die ja bei euch im Douglas auch und habt Interesse. Das sind auch übrigens ganz gute Einkaufstipps für Weihnachten vielleicht, Weihnachtsgeschenke. Also erstmal habe ich mir wieder meinen Bobbi Brown Creamy Concealer Kit gekauft. Ich trage die Farbe Sand. Also das sieht so aus. Der ist wirklich sehr toll. Also viele fragen mich ja nach diesem Concealer. Deswegen erzähle ich mal ein bisschen mehr. Also der ist so, ja, hat hier das unnötige Spiegelchen, was ich schon mal erwähnt hatte. Er ist sehr, sehr cremig. Zwar fest erstmal, aber schmilzt sehr schön mit der Körperwärme. Und dann lässt er sich super auftragen. Und es ist nicht zu dick. Also gerade richtig. Bei mir perfekt. Alle Farben von Bobbi Brown Concealern sind etwas gelbstichig. Extra so gemacht, um halt die Rötungen abzudecken. Oder, oder nee, eher blau. Genau, um blau abzudecken. Denken, also Augenringe. Und unten drunter, wenn man das hier öffnet, ist dann ein sehr hauchdünnes, also sehr, sehr feines Puder drin. Das kann man dann zum Fixieren darüber geben. Und dann verrutscht euer Concealer den ganzen Tag nicht. Ich wollte mir eigentlich erstmal, weil es gibt es so halt als Kit eben. Da ist dann auch so eine süße Quaste dabei. So, aber die benutze ich nicht. Ich nehme nämlich einen Kinsel dafür von Ebelin. Äh, jedenfalls gibt's das auch, ähm, nur ohne diesen Puder. Und das hatte ich zuerst in meinem Körbchen drin. Und wollte dann, ähm, nämlich das, wie hieß das nochmal, Powder Flush von Benefit nehmen stattdessen. Also sozusagen den Concealer und Powder Flush von Benefit. Aber das kam mir dann eigentlich teurer. Und das war ja dann unnötig. Und da dachte ich, ach, nehme ich dann doch das Kit wieder. Weil ich auch sehr zufrieden damit war. Also das ist sehr, sehr gut. Der beste Concealer, den ich je hatte. Deswegen habe ich mir auch nochmals gekauft. Und er ist sehr ergiebig. Also ich habe ihn, ähm, ich habe ihn, als ich ihn das erste Mal gekauft habe, auch in einem Haul vorgestellt. Und das war vor einem Jahr. Also ein Jahr hat das bei mir gehalten. Und ich benutze ihn täglich. Nur mal so am Rande, weil ihr halt wirklich viele Fragen hattet. Vielleicht ist da etwas geklärt. Und ich sage euch auch diesmal die Preise. Weil ich habe jetzt hier gerade den Zettel liegen. Und ihr fragt auch immer nach den Preisen. Ich nenne sie ja nie. Ich habe es entweder, fällt es mir nicht ein, habe es vergessen. Oder ich möchte es auch nicht unbedingt. Weil es reicht ja, wenn man einmal mit diesen Preisen konfrontiert ist an der Kasse. Naja, was soll es jetzt. Also 32 Euro kostet es. Es ist sehr kostspielig, aber er ist auch wirklich sehr, sehr gut. Das muss ich sagen. So, dann waren wir bei so einer Rabattecke mal wieder. Da hatte ich mehr... Da gibt es manchmal ganz gute Sachen eigentlich bei Douglas. Und da hatte ich das entdeckt von Estée Lauder. Ein Duo-Lidschatten. Also diese Estée Lauder Signature Silky Eyeshadow Duo. Das sind halt zwei Lidschatten. Die kommen so daher. Das ist die Farbe... Ginger. Mein Gott, ich schreie so hier. Schallt es schon richtig. Ich hoffe, man hört das nicht so im Video. Also so mit Spiegelchen. Und dann sind hier... Also das finde ich ganz gut, weil hier ist einmal der Applikator, Schwammapplikator. Aber hier auf der anderen Seite ist dann so ein Pinsel. Selten dabei ein Pinsel. Und dann, das sind hier die Farben, sehr neutral. Aber mich hat das Finish eigentlich überzeugt. Ich trage die beiden Farben auch heute. Und noch eine dritte Farbe, die ich euch auch noch zeigen werde. Ich kann sie euch mal swatchen. Das hier ist ein sehr, sehr neutraler Ton. So ein Nude-Beige. Aber so perlig. Also mir gefällt das Finish, wie gesagt. Sehr, sehr so perlig-silky. Also man sieht es wahrscheinlich gar nicht. Also ich trage ihn halt auf dem ganzen Lid und auch im inneren Augenwinkel. Und dann hier die zweite Farbe ist so ein Schoko-Braun-Schlamm. Da. Ja, das sind die beiden Farben. Und das war reduziert, wie gesagt, von 31 Euro ursprünglich auf 21,70. Also man hat ja fast hier 10 Euro gespart, ja. Finde ich eigentlich ein super Schnäppchen. Ja, das war es dazu. Und dann in dieser Schnäppchen-Ecke habe ich noch was entdeckt. Das ist dann für meinen Freund zu Weihnachten. Er bekommt nämlich hier, das hatte ich ihm schon mal gekauft, von Deutschland-Gabbana. Dieses, na, ihr wisst schon halt, diese Reihe, da gibt es verschiedene Nummern. Er nimmt, also ich habe ihm schon mal die Nummer 1 geschenkt. Die findet er ganz gut, nicht? Das ist das Le Butler oder so. Das sind 50 Milliliter darin. Und das ist auch reduziert gewesen. Und zwar hat das vorher, ich glaube, 37 Euro oder sowas gekostet, was ja auch nicht so teuer ist jetzt. Und war reduziert auf 27,30. Also das finde ich richtig gut für so ein super Parfum, was er auch liebt. Ja, das schenke ich ihm zu Weihnachten, weil er hat schon sogar auch sein, also sein anderes Weihnachtsgeschenk, habe ich ihm schon geschenkt, weil er nicht mehr warten konnte. Und zwar Gran Turismo 5 für die Playstation 3. Darauf hat er halt schon ewig gewartet und das habe ich ihm dann halt schon gegeben. Das sind vielleicht auch so Tipps, wenn ihr nicht wisst, was ihr eurem Freund schenken wollt oder so. Ja, wenn er das vielleicht mag. Das ist wirklich günstig, finde ich, 27,30. So, und dann habe ich noch ein paar Dinge bei MAC gekauft. Einmal, also zwei Lidschatten-Refills. Das ist einmal hier, heute wird es französisch, Tête à Tint oder so. Halt hier so ein mittleres Braun zum, gut, zum Verblenden. Das habe ich halt hier auch genommen. Das wärmt einfach alles nochmal ein bisschen auf. Ist nicht zu dunkel, aber es verblendet halt dunkle Farben sehr gut mit, zum Beispiel, eurer Highlighter-Farbe. Ich wollte ja immer Soft Brown von MAC haben. Das ist, soweit ich weiß, eine Pro-Farbe. Und JB wollte es mir mal holen, also mal besorgen in einem Pro-Store in Berlin. Aber gab es leider nicht irgendwie. Und die soll halt sehr ähnlich sein. Also das soll ein Dupe sein zu Soft Brown. Und deswegen habe ich mir das mal mitgenommen. Und ich habe, das habe ich noch gar nicht ausgepackt, Samtches Olive gekauft. Das war auch schon sehr lange auf meiner Liste. Übrigens kosten die Refills jetzt 13 Euro. Der Preis ist gestiegen. Das habe ich auch gar nicht gewusst. Aber naja. Das ist halt so ein Olivgold, würde ich mal sagen. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich schon sehr darauf. Das ist die Farbe. Und dann habe ich mir noch einen Lippenstift gekauft. Das ist der, den ich gerade drauf habe. Heute sparen wir es den Lippenswatches, weil ich ihn schon trage. Das ist Rebel. Ein schöner, bäriger Ton. Den habe ich mir gekauft, weil viele von euch ihn mir empfohlen haben. Hatten, weil ich in einem Video mal diesen von P2 getragen habe. Dieser 140 Ruisant Honor. Dieser hier. Wir können mal Side-by-Side swatchen. Das soll halt die bessere Version sein, weil ich habe ja schon mal erzählt, die sind zu cremig von P2. Und die flutschen einfach so schnell weg. Das hat sich, da haben sich nicht mal die 1, 2 Euro gelohnt. Und es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also das hier ist der MAC. Das ist von P2. Allerdings, und das ist doof. Ich habe ihn nämlich einfach so genommen, ohne ihn zu testen, ohne ihn nochmal anzuschauen. Es ist ein Satin Finish. Und ich hasse Satin Finishes von MAC. Die sind so... Ich meine, sie halten sehr, sehr lange, natürlich. Aber die sind mir zu trocken irgendwie. Und wenn man ihn nochmal darüber gibt, also wenn man ihn nochmal aufträgt, dann wird das so dick irgendwie nach einer Zeit. Das mag ich gar nicht. Also ich habe auch... Ich habe noch einen, das ist Cherish und den trage ich auch so gut wie nie. Weil, ähm... Einfach wegen dem Finish. Das finde ich total schade jetzt. Aber gut, ich werde den trotzdem tragen. Vielleicht mit einem Gloss darüber oder so. Jedenfalls, ich mag halt dieses, ähm, Tragegefühl nicht von dem Satin Finish. Ähm, das war es doch schon. Ah ne, noch eine Sache. Ha! Äh, und dann habe ich mir noch das gekauft. Das ist von Paul Mitchell. So ein Extra Boost, ähm, Daily Boost. Ein Rootlifter. Ein Volumenspray für den Ansatz. Wie viel da immer drauf steht, oder? Das hat gekostet. Also der Lippenstift übrigens, äh, hat gekostet, äh, 18 Euro jetzt. 18 Euro, woher? Äh, und das kostet 10,95. Ja. Das ist hier, das ist sowas habe ich Ewigkeiten gesucht. Ähm, sowas, dass man hier in den Haaransatz mal sprühen kann. Also gezielt. Und das soll halt mehr Volumen geben. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Jetzt werde ich das eigentlich das erste Mal mal sehen. Ich weiß nicht. Weil, ähm, wie ihr wisst, habe ich jetzt sehr... sehr glattes, eher feines Haar. Und das hängt halt dann manchmal runter wie Spaghetti. Und deswegen versuche ich vielleicht irgendwie mal so ansatzmäßig was zu machen. Merkt man da schon was? Ja, doch irgendwie, ne? Wirkt das vielleicht mit Hitze noch besser. Wenn man das so mal ein bisschen einmassiert und dann mit, ähm, Föhn so darüber, dann gibt es vielleicht doch ein bisschen Volumen ab. Jedenfalls werden die dann griffiger. Man kann besser damit arbeiten. Mehr Volumen, mehr Körper, so, Body halt, ne? Ja. Es riecht sehr gut. Ja. Das ist schon mal ein Plus. Es ist immer ein Plus, wenn man etwas sehr gut riecht. Ja, also so. Na ja. Ich werde es sehen. Es ist jedenfalls ganz angenehm. Es klebt auch nicht. Es ist gar nicht wie so ein Haarspray irgendwie. Ob das dann hält. Na ja, jedenfalls. Das waren, eigentlich, das war mein Haul schon. Ähm, dann gab es noch... Moment. Dann gab es noch zu, äh, jedem Kauf ab 30 Euro so ein Geschenk von Douglas. Das finde ich ganz süß. Sehr aufmerksam. Und zwar hier so eine Weihnachtskugel. Voll süß. Joa. So eine silberne Weihnachtskugel. Collectors Edition 2010. Die magische Wunschkugel. Uh. Ja, mit hier so einem schönen Design. Wollte ich euch nur mal sagen, vielleicht, ähm, lohnt es sich dann noch mehr, da mal was zu kaufen. Äh. Ja, das war jetzt wirklich mein Haul. Ja, irgendwie voll kurz, voll komisch. Egal. Besser so, oder? Viele mögen ja mein Gelaber nicht. Also, diesmal ein kürzeres Video. Also, ähm, ja. Äh, ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.